Ja, hey und herzlich willkommen im Kernkompetenz Pferd Podcast, dem Podcast zur Pferdegesundheit. Wir gestalten ja alle jeden Tag die Pferdewelt unbewusst oder bewusst aktiv mit. In dieser Staffel findest du persönliche Möglichkeiten, jeden Tag die Pferdewelt bewusst ein bisschen gesünder zu gestalten. Auf eine Art und Weise, wie du es wahrscheinlich nicht gewohnt bist. Denn, um es in Albert Einstands Worten zu sagen, Probleme kann man niemals mit demselben Denken lösen, durch die sie entstanden sind. Ja, ich bin Dr. Veronika Klein, ich bin Fachtiererzen für Pferde, Trainerin, Reiterin, Chiropraktikerin und Gründerin von Kernkompetenz Pferd. Und nach über 10 Jahren Pferdepraxis und inzwischen 6 Jahren Online-Kursen zur Pferdegesundheit bin ich zu der Überzeugung gelangt, Pferdegesundheit beginnt im Kopf. Wissen ist längst nicht alles und ohne Umsetzung passiert sowieso nichts. Und selbst wenn beides zusammenkommt, habe ich beobachtet, dass wir uns durch limitierende Glaubenssätze und unseren unterbewusst ablaufenden Programmen oft selbst im Weg stehen. Von daher, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit sind für mich keine Modewörter, sondern eine Möglichkeit, nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Und dass wir ein Problem in der Pferdewelt haben, ist, glaube ich, keine Neuigkeit mehr. Es ist Zeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Also lasst uns gemeinsam Pferdegesundheit neu denken. So, heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Gästin. Und zwar ist es Kathi Weber von der Herzenssache. Vielleicht kennst du sie auch unter GFK mit Kathi. Sie hat den Nummer 1 Eltern-Podcast und ist einer der 5 beliebtesten Wissen-Podcasts in Deutschland. Er heißt Familie Verstehen und sie steht für Kooperation statt Machtkämpfen im Familienalltag und hat mein Leben zu Hause immens verbessert, mir Verständnis gebracht, Verbindung mit meinen Mitmenschen. Und von daher war es mir ein Herzensanliegen, sie zu fragen, da sie tatsächlich auch Pferdemensch ist, mit uns hier in dem Podcast zu gehen und anders mit einer anderen Perspektive auf die Pferdewelt zu gucken, um mehr Kooperation statt Machtkämpfen in der Pferdewelt zu erreichen mit ihrem Ansatz. Und natürlich brauchst du ein bisschen Transferleistung, wenn du ihre Inhalte anschaust, aber nochmal, ich bin der festen Überzeugung, dies ist ein Ansatz, den wir in der Pferdewelt gut brauchen können für uns, für die Stall-Miteinsteller, für die verschiedenen Disziplinen, Blasen, die es in der Pferdewelt gibt, um zu mehr Verbindung zu kommen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem etwas anderem Podcast-Interview mit Kathi Weber und daher hör unbedingt rein und nimm ganz viel wertvolle Erkenntnisse für deinen Stallalltag mit. Ja, guten Morgen Kathi. Ich feiere das sehr, dass wir dieses Gespräch heute haben und erstmal danke dafür. Du begleitest mich tatsächlich schon sehr lange in meinem Alltag. Einmal mit deinem Nummer-eins-Eltern-Podcast natürlich und tatsächlich auch mit all deinen Kursen. Ist das so, Veronika? Da kann ich ja überall Gänsehauen. Wow, das wusste ich gar nicht. Auch schon wirklich lange und natürlich nutze ich es unglaublich viel im Familienalltag, um mit meiner Tochter in Verbindung zu sein und mit mir selber. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich kann es super einsetzen, auch im Praxisalltag für die Patienten, die ich betreue und tatsächlich auch im Reitstall. Und ja, dann kam ja damals der Newsletter von dir. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Stangen auf dem Platz vergessen. Ja, Veronika, du weißt, das ist mein Todesurteil eigentlich gewesen. Ist dir schon klar, oder? Absolut. Und ich saß vor diesem Newsletter und ich musste so lachen, weil ich kenne natürlich diese ganzen Situationen einmal aus dem Stall, aber natürlich auch als Pferdetierarzt, wenn ich da rausgehe. Und die GfK mit Kathi hat mir so geholfen, dass ich früher habe ich gedacht, was zum Teufel stimmt mit denen nicht oder warum machen die das so? Und heute, dank dir, sehe ich diese erfüllten und unerfüllten Bedürfnisse und kann damit mit mir und mit den Menschen so in Verbindung bleiben. Und das finde ich so wertvoll. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das in die Pferdewelt reinbringen, die GfK mit Kathi. Ja, und ich dachte, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich dachte erst so, was will denn jetzt die Veronika von mir? Also ich sage mal, ich bin GfK-Expertin für Menschen. Ich glaube, ich könnte mehr von Veronika lernen, was Pferde betrifft. Nur das macht natürlich Sinn und ich bin gerne hier und zeige auf, wie Menschen miteinander kommunizieren oder es eben nicht tun. Ich feiere dich sehr dafür, dass du in der Lage bist, zu sehen, was die unerfüllten und erfüllten Bedürfnisse hinter den Handlungen der Menschen sind. Und ich denke tatsächlich manchmal, was um Himmels Willen will der Mensch mir eigentlich gerade sagen? Und ich habe gerade gar keinen Bock drauf. Also diese Situation gibt es durchaus in meinem Leben und die machen das Leben ja auch so ein bisschen würzig, oder? Definitiv. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich bin auf der Schulter und sage dann, halte kurz mal inne. Und auch wenn du gerade an die Decke gehst, so innerlich, warum macht er das eigentlich? Und das hilft mir schon sehr, ins Verständnis zu kommen. Und ich glaube, gerade in der Pferdewelt brauchen wir das gerade ganz, ganz dringend aus verschiedenen Aspekten. Ich weiß nicht, wie tief du so in der Skandalwelt gerade in der Pferdewelt drin bist, aber die Diskussionen sind ja zu Recht gerade sehr laut. Bevor wir ganz reingehen, magst du kurz für Pferdemenschen erklären, die damit noch nie was zu tun gehabt haben, wie du oder warum du bei der GfK gelandet bist und was die GfK mit Kati überhaupt ist vielleicht? Ich dachte, du wolltest fragen, warum ich mir ein Pony gekauft habe. Also ich... Das weiß ich, das verstehe ich. Das verstehst du. Die gewaltfreie Kommunikation nach Marsha Rosenberg habe ich entdeckt, als ich ungeplant schwanger geworden bin, 2006. Und ich mir gedacht habe, wie wahrscheinlich viele Eltern, scheiße, wie mache ich das? Vor allen Dingen will ich es anders machen als meine Eltern. Und so habe ich das entdeckt. Und es war mein Gamechanger überhaupt. Eben nicht nur in Bezug auf meine Mutterschaft, die dann gestartet ist. Mittlerweile habe ich zwei Kinder. Sondern natürlich auch mein eigener Prozess, meine innere Kindarbeit, meine Kindheit aufzuarbeiten, in Verbindung zu kommen mit meinen Eltern, in der Partnerschaft es zu leben, in meiner Firma lebe ich es. Und ich lebe das, dieses in Verbindung kommen, immer eine Lösung finden, die alle Bedürfnisse der beteiligten Menschen berücksichtigt in Konflikten. Ja, und mehr miteinander zu sein, statt gegeneinander rauszukommen aus diesen Machtkämpfen. Und diese Machtkämpfe entstehen meiner Meinung nach eben, weil die Menschen im Grunde genommen so erzogen wurden, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und auch gelernt haben, dass wenn sie sich falsch verhalten, dass das gefährlich sein kann. Weil dann wirst du bestraft. Und wir wollen ja alle geliebt werden. Und deswegen haben wir gelernt, uns so möglichst gesellschaftskonform wie möglich zu verhalten, damit wir geliebt werden. Nur das ist ja alles so ein bisschen scheinheilig. Oder auch diese vorgespielte Sicherheit. Wenn du dich an alle Regeln hältst, dann bist du in Sicherheit. Nee, also bist du halt leider nicht. Sondern Sicherheit heißt ja, dass wir gegenseitig Bock haben, aufeinander Rücksicht zu nehmen und füreinander da zu sein. Und dann können wir uns viel mehr Sicherheit generieren, als wenn irgendein Politiker oder irgendeine Stallregel aufgestellt wird, die mir eigentlich überhaupt nicht gefällt, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Und das ist dann die vermeintliche Sicherheit. Nee, ist es nicht. Also vermeintliche Liebe, vermeintliche Sicherheit führt am Ende immer zu Unzufriedenheit, zu Unsicherheit, zu Kampf. Und ich möchte ins Miteinander. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Mittlerweile lebe ich das ja beruflich auch. Die gewaltfreie Kommunikation habe ich zur GfK mit Kati gemacht, auf Eltern-Kind-Beziehung spezialisiert. Nur, wie gesagt, Veronika, du kannst das natürlich überall leben. Und ich würde wirklich gerne sagen, nicht nutzen oder einsetzen. Ich möchte, dass wir es leben und nicht als Strategie, als Manipulation benutzen, sondern dass wir von innen heraus wirklich Ja sagen für echte, wahrhaftige Verbindung und für echtes, wahrhaftiges Miteinander. Und auch im Radstall. Genau, genau das ist ja der Punkt, weil da geht es ja so viel um Verbindung, um Verbindung zum Pferd. Und wir sind dort in Verbindung mit so vielen anderen Menschen, die ja aus so verschiedenen Bereichen auch einfach zusammenkommen. Und das ist am Ende das, was es besonders macht, Pferdemensch zu sein. Ich habe zwei Grundannahmen mir rausgesucht, weil alle werden wir natürlich nicht durchleuchten können. Das wird ein bisschen sportlich. Aber eine, bezogen auch auf diesen Newsletter mit den Stangen, ist ja, jeder ist für die Erfüllung seiner Bedürfnisse selbst verantwortlich. Also es ist mein Job, mich um mich zu kümmern. Große Aufgabe für mich. Und wenn wir jetzt diese Stangen liegen gelassen haben, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen im Stall, jedem kann das mal passieren. Und dann ist die andere Person ja unfassbar wütend oder empört. Und falls die Person jetzt zuhört. Oder wir selber in der Situation sind, dass wir... Und wieder liegen gelassen ist ja klar. So eine Scheiße. Kann ich nicht mehr sein Kram wegräumen hier. Frechheit. Und wenn jetzt aber ja jeder für seine eigenen Bedürfnisse zuständig ist und die leben darf, wie geht denn jetzt diese Person im Stall am besten vor? Also wie reagiere ich vielleicht für mich das nächste Mal? Ja, also diesen Fall habe ich jetzt... Wir haben übrigens den Stall gewechselt und sind jetzt in einem Stall, wo es uns Menschen emotional unglaublich gut geht und auch den Pferden, weil ich habe einen Stall gefunden, wo es eben wirklich versucht wird, anders zu machen. Und ich habe mir gedacht, ich kann nicht in einem Stall leben, wo so ein toxisches Umfeld ist. Und ich arbeite den ganzen Tag für Frieden auf der Welt. Und nachmittags verbringe ich dann in so einem toxischen Umfeld, wo alle Angst haben, bestraft zu werden, alle Angst haben, aus dem Stall geschmissen zu werden, weil sie den Pferderaufnahmen liegen lassen. So, und jetzt bin ich in diesem neuen Stall und auch da werden Stangen benutzt. Und auch die bleiben mal liegen, weil es jemand vergessen hat. Und ich komme mal auf den Reitplatz und denke so, oh, da liegen Stangen. Hm, könnte ich die heute benutzen? Nee, heute wollte ich eigentlich gar keine Stangenarbeit machen. Ja, die wird jemand da vergessen haben. Und dann kann ich gucken, bin ich bereit, sie wegzuräumen, weil ich Platz möchte? Oder reicht mir der Platz und ich lasse sie liegen? Es kann auch sein, dass ich ein Foto in die WhatsApp-Gruppe schicke und sage, da lagen noch Stangen, ich habe sie liegen lassen, weil ich alleine war mit dem Pony und meine Tochter nicht dabei war. Ich habe den Platz anders benutzt, nur zur Info oder so. Also ohne Vorwurf. Du kannst natürlich auch in die WhatsApp-Gruppe schreiben, da hat jemand seine Stangen liegen lassen. Wer war das? Sofort melden und unverzüglich entfernen. Das ist so irgendwie, mach deinen Scheiß weg. Also ich räume mittlerweile unglaublich gerne Dinge von anderen weg, weil ich es dann zum Beispiel den Putzplatz gerne sauber habe. Dann fäge ich einmal, wenn vorher jemand seinen Dreck hat liegen lassen. Gar nicht, der hat ihn ja nicht liegen lassen, um mich zu ärgern. Jemand hat auch nicht die Stangen liegen lassen, um mich zu ärgern, sondern dieser Mensch hat versucht, sich auch um sich zu kümmern und seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und es ist so menschlich, auch Dinge zu vergessen, oder? Das vergessen Menschen oft, dass das menschlich ist, weil wir in der Kindheit gelernt haben, dass wir nichts vergessen dürfen. Also ich kenne das sehr gut, dass ich dann manchmal nachts wach werde und dann sitze ich, denkrecht im Bett, ja, dann schießt so das Adrenalin in den Kopf. Ich denke so, scheiße, ich habe vergessen abzurechnen. Ja, um Gottes Willen, ja. Ja, wirklich. Dann so Scham und Angst und mir ist ja Zuverlässigkeit und Ordnung, mir als Person sehr wichtig. Und dann kriege ich da wirklich so einen Adrenalinstoß nachzunehmen. Ja, das ist so spannend, Veronika. Du kriegst natürlich den Adrenalinstoß, weil dein Nervensystem gelernt hat, wenn du was falsch machst, also wenn du dich gegen eine Regel verhältst, dann gibt es echt Kasala. Also dann gibt es Ärger. Und dann finden Menschen dich scheiße und wir wollen doch zur Gemeinschaft dazugehören und wir wollen alle gut miteinander sein. Zuverlässigkeit, dieses Bedürfnis würde ich gerne kurz mal interpretieren, wie ich das verstehe, heißt ja in dem Moment zum Beispiel, okay, wie kann ich meine Zuverlässigkeit jetzt erfüllen? Weil wir leben immer im Hier und Jetzt. Ich kann jetzt eine Nachricht in die Gruppe schreiben und sagen, mir ist gerade sie alles eingefallen, dass ich den Pferderhaufen habe liegen lassen. Ich wollte ihn unbedingt noch wegmachen. Und dann kam Hinz und Kunz und ich habe es vergessen. Ich bedauere das total, weil mir Zuverlässigkeit und Sauberkeit wichtig ist. Falls er noch da liegt, mache ich ihn weg. Falls ihn jemand anders für mich weggemacht hat, vielen Dank für die Hilfe. So, und in dem Moment bin ich unglaublich zuverlässig, weil ich mich um mich kümmere und weil ich auch den anderen mitteile, was gerade bei mir los ist. Und das kann doch dann auch, 99 Prozent können das dann nachvollziehen, oder? Also vor allen Dingen ist es ja dann so schön, wenn man das schafft, reinzuschreiben, bevor das Foto von dem Haufen quasi geschickt wird, wo dann drunter steht, muss das sein? Ist das denn so schwer? Ja, das ist so spannend, Veronika, weil das ist auch die Frage, wie stelle ich solche Fotos rein? Ich kenne das aus unserem ersten Stall ja auch, dass das fotografiert wurde und der Verursacher soll das sofort entfernen. War da drunter, fett und groß geschrieben, ja. Oder wenn das noch einmal passiert, dann. Und in unserem neuen Stall ist das so, dass einfach gar nicht gefragt wird, wer das gemacht hat. Wer war das? Ist ja auch so eine bekannte Frage. Eine Foto rein, wer war das? Sofort wegmachen. Es ist so, hier, ich habe heute einen Äppelhaufen gesehen. Uns ist Sauberkeit total wichtig. Denkt gerne wieder dran, sie wegzumachen. Also es ist so eine Erinnerung, eine liebevolle Erinnerung, wie wir miteinander das haben wollen und umgehen wollen. Und jeder hat ja auch so seine Expertisen. Manche sind Expertin darin, zu fegen, andere Äppelhaufen wegzumachen, andere die Stangen wegzuräumen. Also auch da uns gegenseitig zu unterstützen, dass wir es schön haben. Ja, genau. So, ich rede mich um Kopf und Kran. Wir machen weiter. Alles gut. Das führt zu der zweiten Grundannahme, die ich auch sehr immer wieder feiere, ist, andere Menschen sind lediglich Auslöser für unsere Gefühle, aber niemals die Ursache. Also dass quasi niemand Gefühle in uns reinmachen kann, das war für mich auch ein großer Game Changer, der für mich immer noch herausfordernd ist. Gleichzeitig, wenn dann so ein Foto mit so einem Kommentar kommt, der mich dann innerlich berührt, dass ich dann kurz innehalte und quasi sage, okay, ich entscheide ja jetzt, ob ich dieses Gefühl in mir hochsteigen lasse. Und da finde ich auch diese Parallele zu Kindern und Pferden ist mir extrem aufgefallen, weil ich bin auch Trainer und ich sehe, dass häufig auch Pferde Wut oder Aggressionen auslösen, also auslösen, aber eben nicht die Ursache sind, wenn die Menschen mit den Pferden oder den Kindern in Kontakt sind. Da sehe ich halt sehr, sehr viele Parallelen. Und für mich ist dann immer so auch die Übersetzung, Pferde sind lediglich Auslöser, aber eben niemals die Ursache. Niemals, niemals, nein. Genau, niemand ist verantwortlich, fast wie wir uns fühlen. Du hast gerade gesagt, ich kann dann entscheiden, ob ich das Gefühl hochkommen lasse. Also ich würde immer sagen, wenn ein Gefühl da ist, dann darf es auf jeden Fall kommen und ich lasse es auf jeden Fall hochkommen. Nur ich habe die Verantwortung, es mit einem bei mir unerfüllten Bedürfnis zu verknüpfen. Und für dieses Bedürfnis, wie du vorhin gesagt hast, bin ich dann ja auch selber verantwortlich, Wege zu finden, das zu erfüllen. Das heißt, wenn jemand seine Stangen liegen lässt und ich innerlich koche vor Wut, weil ich denke, du, weiß ich nicht, warum hast du hier, kann ja wohl nicht wahr sein, das nervt mich. Okay, dann bin ich genervt, weil mir gerade wichtig ist, dass ich mich hier frei bewegen kann oder mir ist Unterstützung wichtig, zum Beispiel, ja, gegenseitige Unterstützung. Kann ich mir denn in dem Moment Unterstützung erfüllen, indem ich bereit bin, den Menschen zu unterstützen, für ihn die Stangen wegzuräumen? Und ich breche mir doch wirklich kein Zacken aus. Oder ich schiebe sie zur Seite. Ich kann es auch sagen, ich schiebe sie zur Seite und habe gesagt, ich habe die Stangen, die auf dem Platz lagen, habe ich in die Ecke geschoben, damit ich meinen Platz hatte, nur dass ihr Bescheid wisst. Also gar nicht zu sagen, wer hat die da hingelegt und ich lasse sie liegen und kotze irgendwie rum und meckere über diesenjenigen, sondern ich finde für mich einen Weg, wie es für mich gerade okay ist und ob ich sie nun da an die Seite schiebe oder drei Meter weiter noch hintrage. Manche Stangen sind halt auch sauschwer. Da finde ich das jetzt auch in Ordnung, wenn ich sage, ich schiebe sie zur Seite und informiere quasi, dass die Stangen jetzt da liegen, weil ich sie zur Seite geräumt habe. Das heißt, derjenige, der das da hat liegen lassen, wird sie dann schon selber wegräumen. Ich bin fest davon überzeugt. Ich brauche ihn aber nicht anklagen. Du hast die Stangen liegen lassen. Und vor allen Dingen in dem Herzensletter, den ich geschrieben habe, war es ja auch so, dass ich dann im Nachhinein erfahren habe, dass dieser Mensch, der sich darüber aufgeregt hat, der hat dann wirklich sein Pferd longiert, ohne die Stangen zu benutzen. Er hat sie liegen lassen und hat sich die ganze Zeit richtig krass wohl lauthals aufgeregt. Die ganze Zeit. Diese Energie überträgt sich dann ja auch aufs Pferd. Also sie werden eine richtig scheiß Zeit zusammen gehabt haben. Er hat offensichtlich mich dafür verantwortlich gemacht, wo ich denke, ich bin doch für deine Bedürfnisse nicht verantwortlich. Was hindert dich daran, deinen Fuß zu nehmen und sie zur Seite zu rollen? Er hat diese schweren Stangen oder sie ja gar nicht anzufassen. Einfach zur Seite rollen und dann hast du da deinen Platz. Und stell dir vor, ich habe das gar nicht gemacht, um dich zu ärgern. Ich hatte tatsächlich noch, als ich weggegangen bin vom Platz gehabt, denk auf jeden Fall an die Stangen. Naja, und wie ist es passiert, Veronika? Ich habe dann mein Pferd angebunden, das hat dann geäppelt, dann habe ich den Äppelhaufen weggemacht und dann war ich schon am Pferd und ich habe es komplett versemmelt. Ich habe es vergessen. Ja, ich bin deswegen ein schlechter Mensch. Nein. Nein, aber wenn man so ein starkes Gefühl ja dann hat, dass man dann für sich selber mal überlegt, was für Bedürfnisse da unerfüllt sind. Ja, das darfst du natürlich lernen. Das haben wir nicht gelernt, die meisten in unserer Kindheit. Und ich mache diesem Menschen jetzt ja auch keinen Vorwurf. Es erstaunt mich nur regelmäßig, wie krass die Menschen sich selber tatsächlich im Weg stehen und dieses Blick auf andere Menschen, dass wir unbedingt einen Schuldigen brauchen, damit es uns vermeintlich besser geht. Es geht mir ja gar nicht besser. Nein, überhaupt nicht. Nein, genau das Gegenteil. Und nur dieser Mensch hat das so nicht gelernt. Und der ist natürlich, also ich sage mal, es gibt ja noch eine dritte Grundannahme, die ich gerne mit in den Raum werfen würde, wenn wir über Umgang im Reitstall miteinander reden, dass grundsätzlich alle Menschen bereit sind, zum Wohle der Stahlgemeinschaft beizutragen. Ja, daran glauben wir. Das geht allerdings nur, wenn ihre Bedürfnisse weitestgehend erfüllt sind. Dafür sind sie ja auch verantwortlich. Wenn diese Menschen das also nicht gelernt haben, gar nicht wissen, dass sie eigene Bedürfnisse haben, welche das sind und wie sie die erfüllen können, unabhängig von anderen Menschen, da beißt sich dann natürlich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Nur ich behandle doch andere Menschen, wie ich behandelt werden möchte, ohne zu erwarten, dass sie mich so behandeln. Das heißt, ich reg mich kurz auf, weil auch ich mit Belohnung, Bestrafung und zum Funktionieren erzogen wurde und reg mich kurz auf, weil ich Gefahr wittere. Da meckert jemand über mich. Ich habe mich nicht konform verhalten. Ich bin falsch. Ich bin nicht liebenswert. Oh wei, oh wei. Atme tief ein und dann sende ich Liebe raus zu diesem Menschen. Er wird es für sich regeln und ich habe ihm tatsächlich noch eine Nachricht geschickt, dass ich sehr bedauere, dass ich die Stangen habe liegen lassen, weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist und dass er unglücklich war, dass ich das bedauere und ich hoffe, dass er für sich einen Weg gefunden hat und dass ich die Stangen dann tatsächlich noch weggeräumt habe. vielen Dank für den Hinweis. Ich finde es ja so spannend. Es war ja ein Foto. War ein Foto? Ja, ja, klar. Ich finde es ja so spannend, dass wir als Pferdemenschen ja darauf bedacht sind, den ganzen Tag die Bedürfnisse unserer Pferde zu erfüllen. Ja, Bewegung, frische Lohn, Im besten Fall, ja. Im besten Fall. Aber da haben wir ja sehr den Fokus drauf. Das heißt, dieses Erfüllen von Bedürfnissen ist uns ja eigentlich nicht unbekannt. Wir blenden es irgendwie aber nur für uns komplett aus und schön, dass du die Grundannahme noch mit reingenommen hast. Jeder möchte für das Wohlergehen der Gemeinschaft beitragen, weil auch das habe ich für mich übersetzt, dass ich sage, Pferde möchten auch beitragen, mit dem Partner Pferd zusammenzuarbeiten, mit dem Partner Mensch zusammenzuarbeiten, wenn seine Bedürfnisse berücksichtigt worden sind. Das heißt, wenn was mit einem Pferd nicht klappt, ja, und dann dieser Wut, Scham und so reinkommt, magst du hier nochmal die Schritte der GfK vielleicht einmal aufschlüsseln für uns? Wie gehe ich dann vor? Du meinst jetzt in Bezug, wenn ich jetzt mit einem Pferd arbeite und es klappt nicht so, wie ich das möchte? Meinst du das? Genau, und dann kommt Wut hoch, dass ich dann erst in die Selbsteinfühlung gehe. Ja, also das kenne ich ja auch von mir. Ich bin ja auch, oh mein Gott, wie ich früher unterrichtet wurde beim Reiten. Also das Zuckerbrot und Peitsch, sage ich nur. Und ich habe schon so diesen Ansatz, ich will es unbedingt richtig machen. Und wenn das dann nicht klappt, ich werde dann auch schnell ungeduldig. Und ich habe mir das vorgestellt, wie das zu laufen hat. Und wenn das dann nicht läuft, unser Pony ist wirklich sehr krank geworden. Und meine Geduld ist wirklich auf eine Probe gestellt. Ich darf so viel lernen. Und ich habe dann anfänglich gemerkt, dass ich dann, wenn ich dann so ungeduldig werde, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Mein Bedürfnis dahinter ist, dass ich möchte, dass es diesem Pferd gut geht. Ja, und ich halte das kaum aus. Ich bin eigentlich total traurig und verzweifelt, weil es diesem Pferd nicht gut geht. Oder wenn das Pferd nicht klappt, warum macht das? Ich möchte, dass es jetzt klappt. Ich möchte mitmachen. Kooperationen kann auch sein. Und wenn ich mir jetzt aus meiner Geschichte darüber denke, okay, ich möchte, dass es diesem Pferd gut geht, also bin ich bereit, alles dafür zu tun, herauszufinden, was die Ursache ist, körperlich und emotional bei diesem Pferd. Und dann auch alles dafür, für mich Mögliche zu tun, dieses Pferd zu heilen. Und dann wird so eine Dankbarkeit da sein und die Bereitschaft der Kooperation und es wird ihm gut gehen. Oder wenn ein Pferd etwas nicht macht, was ich unbedingt will und wir haben es zum Erbrechen geübt und so. Also auch heraus, also erst mal, ich möchte, dass es klappt. Ich möchte, dass Kooperation da ist. Also nicht, dass es funktioniert, sondern dass es mitmacht, das Pferd. Warum macht es nicht mit? Also bin ich bereit, wirklich dahinter zu gucken? Weil das Pferd macht mich nicht wütend. Ich habe das Bedürfnis nach Mitmachen. Ja, mein Pferd kann offensichtlich gar nicht mitmachen. Pferde sind ja nie von Natur aus böse. Wenn ein Pferd vermeintlich böse ist, dann stecken dahinter krass unerfüllte Bedürfnisse. Wie bei Wutausbrüchen, bei Kindern, die schreien nach Hilfe. Ich merke, oder bei mir merke ich es auch oft, dass das genervt, kenne ich tatsächlich auch. Das ist für mich auch ein sehr präsentes Gefühl, dass es auch häufig daran liegt, dass mir das Bedürfnis Ruhe fehlt oder Entspannung fehlt. Ach so, ja. Wie kommst du in den Reitstall? Genau. Ja, wie fährst du überhaupt rein in den Reitstall? Und ich weiß noch, als wir den Reitstall gewechselt haben, wir fahren jetzt wirklich eine gute halbe Stunde dahin, jeden Tag, haben wirklich einige gesagt, boah, willst du dir das antun, diesen krassen Weg? Und ich habe gesagt, es gibt so viele andere Bedürfnisse, die ich erfüllt brauche, die in diesem Stall erfüllt werden, dass ich diese Fahrt bereit bin, in Kauf zu nehmen. Und ich finde für mich lösen, wie diese Fahrt für mich ein Mehrwert wird. Und das habe ich geschafft, wie du gerade sagst. Sobald ich aus der Stadt rausfahre und auf der Autobahn bin, kehrt schon Ruhe ein. Ich komme in diesem Stall ganz anders an, weil ich diese Ruhe mitbringe, die ich brauche, um überhaupt in die Verbindung mit diesem Tier kommen zu können. Oder wie heißt das? Zu kommen können. Na ja, du weißt schon. Kommen können. Ja. Das ist wie mit Kindern. Wenn ich von der Arbeit komme und das Kind abhole, gehe ich gestresst, zack, 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 die Treppe hoch und jetzt anziehen, zack. Oder bleibe ich einmal vor der Schule stehen, atme tief ein und jetzt bin ich Mama. Okay, und jetzt gehen wir hoch. Das sind diese kleinen Momente. Ja, definitiv. Wie gesagt, als Pferdetierarzt kommen mir ja auch sehr viele Gefühle entgegen, weil natürlich es einem Pferd nicht so gut geht oder wenn man das tatsächlich auch einschläfern muss, und ich sehe, dass die Gefühle der Menschen da natürlich sehr präsent sind und auf mich einwirken und da hat es mir einfach insgesamt unglaublich geholfen, gerade mit der GfK zu arbeiten und in der aktuellen Zeit, ich habe oft Anfragen für Interviews, wo es um Pferdewohl geht, um das Image der Pferdewelt. Wir diskutieren ja gerade sehr hart, ob man Pferde überhaupt noch reiten darf und wie die Haltung besser aussehen kann. Das ist ja einfach aktuell ein extrem präsentes Thema und deswegen fände ich es so wunderbar, wenn wir mit der GfK, mit Cati, da in der Pferdewelt, den Leuten entgegentreten, gerade was wir gesagt haben mit den Grundannahmen, dass wir selber verantwortlich sind, in die Selbsteinfühlung gehen und auch mit dem Pferd in Verbindung kommen, gerade immer wieder den Blick auf sich selber zu machen. Weil ich glaube, es geht vielen so, dass man, wenn man von der Arbeit kommt, den ganzen Tag gesessen ist, super gestresst ist, natürlich in den Stall kommt, dass man gar nicht bereit ist für so eine Verbindung in dem Moment. Weder mit den Leuten noch mit seinem Pferd. Und weißt du, ich würde gerne noch loswerden, wenn wir über dieses Miteinander sprechen und du diese Konflikte gerade ansprichst oder die Themen, die besprochen werden. Auch hier ranzugehen, es darf unterschiedliche Meinungen geben. Und es darf am Ende jeder so machen, wie er oder sie es für sich für richtig hält. Also, dass wir uns mal davon verabschieden, dass es ein richtig gibt und ein falsch. Und dass auch hier dieser Machtkampf aufhört, wie es zu sein hat. Sondern ich würde so herzlich einladen für einen Diskurs. In einem Diskurs dürfen viele verschiedene Meinungen sein, die stehen gelassen werden dürfen. Und am Ende lebe ich mein Leben so, wie ich möchte. Und ich gehe mit meinem Pferd so um, wie ich möchte. Ich darf auch ständig meine Meinung ändern. Ich darf mich weiterbilden. Ich darf mich informieren und Dinge anders machen, ohne zu erwarten, dass alle anderen das dann auch genau so zu machen müssen. Weil das ist jetzt das eine Richtige. Es gibt nicht das eine Richtige. Ich möchte, dass wir anfangen, uns davon zu verabschieden. Und wenn ich so in den Stall komme und sage, ich mache meins und du machst deins. Ja, was für ein Frieden. Weißt du, ich muss gar nicht, wir haben in unserem Reizstall, zehn verschiedene Reizstile, die da sind. Ja, habe ich dann demjenigen zu sagen, dass ich das nicht in Ordnung finde, wie derjenige oder diejenige das macht? Nee. Ich mache doch meins und sie oder er macht seins. Ist doch völlig in Ordnung. Ja, du kannst natürlich auch fragen, magst du was hören? Ja, nur wenn derjenige nichts hören möchte, ist das auch in Ordnung. Deine Standardantwort wollen wir natürlich hören. Meine Standardantwort in unseren Fragenrunden ist immer, kommt darauf an. Weil eins der Mottos bei uns bei Kernkompetenzpferd ist immer, du bist einzigartig, dein Pferd ist einzigartig und zusammen seid ihr ein Unikat. Und nur weil etwas für A richtig ist, muss es noch lange nicht für dich richtig sein. Und ich bekomme so oft die Frage, kann ich bei meinem Pferd XY genau so machen? Und ich denke mir, naja, das kommt halt darauf an. Wo willst du hin? Welche zwei Individuen haben wir hier? Was bringt jeder so mit? Und es ist ja auch so oft, ich habe einen Traum irgendwie, meine Tochter zum Beispiel, meine Tochter möchte Estrosor reiten, die ist sieben Jahre alt. Jetzt hat sie da ihren Traum und jetzt haben wir da das Pony. Dieses Pony wird das nicht leisten können, weil das Pony dafür das so nicht mitbringt. Deswegen darf sie doch gleichzeitig einen Traum haben und wir können gucken, wie es sich entwickelt und ob sie tatsächlich, wenn sie sich mit all den Themen noch beschäftigt, überhaupt eine Estrosor reiten will. Und wenn ja, wie? Das ist ja auch die Frage, wie möchte ich dann Estrosor reiten? Das ist so spannend. Ich muss ja allerdings jetzt nicht sofort den Zahn ziehen oder so, sondern auch zu gucken, was sind denn die Gegebenheiten und wie können wir denn anfangen? Wie du sagst, kommt drauf an. Ist für mich auch eine private Einsicht. Herausforderung, weil meine Tochter, die ist jetzt vier und die findet Pferde gar nicht so geil. Für mich. Und mein Mann ist ja auch Reiter und Pferdefamilie A und B und so. Und jetzt gehen wir zum Ballett und ich muss gestehen, das war eine neue Erfahrung. Also auch das darf an sein. Auch das darf sein. Und wer weiß, was diese Erfahrung, dass du mit deiner Tochter zum Ballett gehst, was da alles für Geschenke drinstecken. Wie gesagt, darf ich inzwischen auch so annehmen und es macht mir auch Freude, das zu sehen. Kommen wir zum Ende. Was ich auf jeden Fall gerne allen mitgeben möchte, ist, dass sie, auch wenn sie keine Kinder haben, weil Pferde sind wie unsere Kinder, Pferde sind wie unsere Familie, die sind Familienteile. Die gehören einfach dazu. Und deswegen möchte ich alle einladen, deinen Podcast aus Pferdemensch-Sicht tatsächlich anzuhören. Wirklich. Weil man kann so viel mitnehmen und das für die Pferde übersetzen. Und wenn es nur die zwei Grundannahmen sind, die wir heute besprochen haben, dass jeder für seine Bedürfnisse verantwortlich ist und die Menschen und Pferde eben nur Auslöser, aber niemals die Ursache sind. Und ich glaube, dann haben wir einen Riesenschritt in der Pferdewelt angestoßen. Sagen wir es so. Also die Einladung kann ich nur unterstreichen. Ich lade mit ein. Und ich sage zu unserem Pony immer, das ist ein Bindungstier. Also ich bin ja auch eine Bindungsperson für meine Kinder. Und unser Pony ist ein Bindungstier. Und Bindung ist elementar fürs menschliche Miteinander. Also auch die Tiere eben nicht nur als Tier zu sehen, sondern wirklich als das, was sie in diesem System dann sind. Ob ihr eine Familie seid oder in einer Partnerschaft oder du alleine mit dem Pferd. Es ist ja ein System, was da entsteht. Und wie sind die Rollenverteilungen im System? Und wie möchte ich, dass miteinander umgegangen wird? Und die Verantwortung habe am Ende immer ich, auch die Bedürfnisse des Pferdes zu erfüllen. Weil ein Pferd kann das so alleine nicht, so wie wir Pferde halten. Ja, definitiv. Sehr schön. Vielen Dank für diesen Abschlusssatz. Ich verlinke natürlich Kathis Podcast, die Webseite und den Newsletter, den Social-Media-Kanal, alles. Ich kann alles von Herzen empfehlen, auch besonders im Instagram-Kanal. Vielen Dank für deine Empfehlung und deine Wertschätzung. Es bringt mich sehr, vielen Dank. Es ist für mich eine große Inspiration in meinem Alltag. Und es ist immer, das ist auch was, was mir bei Kerk-Potenz-Pferdes so wichtig ist, sofort alltagstauglich umzusetzen. Ja, so ist es. Und das feiere ich ganz besonders bei dir, Kathi. Danke, Veronika, fürs Feiern. Vielen Dank für deine Fragen und den Austausch. Bis denn. Ganz liebe Grüße und schönen Tag dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.